Willkommen zurück beim Tutorial von Civilization 6. Übererklärung 2024, diesmal mit den Politikkarten, so wie ihr euch das gewünscht habt. Wenn ihr noch nicht alle Tutorials gesehen habt, guckt einfach mal unten in den Links. Lasst mir gerne schon mal direkt ein Abo, ein Like und einen Kommentar da, das wird mir sehr helfen. Dankeschön. Und jetzt springen wir direkt wieder schön in den Safe State von unserem Friedrich Barbarossa. Zunächst mal zum offensichtlichsten. Ihr könnt natürlich Ausrichtungen nutzen, um die Politikkarten freizuschalten, aber nicht die Forschung. Das heißt, Forschung ist für unser Tutorial jetzt hier komplett irrelevant. Jeder Forschungspunkt ist im Prinzip dann wasted. Nicht wirklich, aber wenn ihr eine richtig krasse Strategie mit den Politikkarten fahren wollt oder gerade im Sinn hat, dann müsst ihr auf jeden Fall massiv auf Kultur gehen, nicht auf Forschung. Denn nur über die Ausrichtungen und der Kultur könnt ihr diese Karten tatsächlich freischeiden. In diesen Unmengen an Informationen versuche ich jetzt einfach mal so vorzugehen, dass wir die verschiedenen Siegtypen uns angucken und ich einfach mal meinen Senf dazugebe. Und wir fangen natürlich mit dem Allgemeinen an. Und da sind wir erstmal bei Gesetzgebung. Das ist ja die erste Ausrichtung, die ihr erforschen könnt. Und da würdet ihr immer Gottkönig zuerst nehmen. Warum? Weil schnelles Pantheon. Mit 30 Glauben bekommt ihr einen Pantheon und ihr solltet diese 30 Glauben möglichst schnell bekommen. Habt ihr irgendeine andere Möglichkeit, diesen Glauben schnell zu erhalten, dann müsst ihr es nicht unbedingt machen. Aber denkt dran, jede Runde, die ihr weniger braucht, könnt ihr ein besseres Pantheon wählen. Dazu kann man sagen, dass ihr danach natürlich auf Stadtplanung geht, also Produktion in alle Städte, sobald ihr euer Pantheon habt. Weil danach fällt Gottkönig gegen Null mit der Effizienz. Also auf keinen Fall mal das drin lassen. Das nur schon mal allgemein für alle Siegtypen. Wir fangen auch natürlich mit meinen Lieblings-Siegtypen an. Das ist Kultur. Ihr habt allerdings bei Kultur zwei Möglichkeiten, auch schon relativ früh. Wollt ihr ja mit Religion spielen, was sinnvoll ist, weil später braucht ihr viel Glaube. Und dann solltet ihr eben auch möglichst viel Glaube generieren können, sodass ihr Nationalpacts errichten könnt, Archäologen kaufen könnt und so weiter. Und dafür könnt man zum Beispiel eben direkt auf Mystik gehen und könnt sich Offenbarungen holen. Dann kriegt ihr nämlich große Prophetenpunkte pro Runde. Und diese Prophetenpunkte könnt ihr dafür nutzen, früh Religion zu bekommen. Also vorsichtig wohl schon direkt für die ganz Anfänger. Ihr müsst dafür erstmal eine von diesen Regierungen von politischer Philosophie haben. Denn nur diese Formen haben tatsächlich einen Slot offen, der es euch ermöglicht, hier diese Karte hineinzutun. Das Ganze kombinieren wir natürlich mit Drama und Dichtung, damit ihr den Theaterplatz bekommt. Oder ihr macht den Puristen, mach ich oft, dass ihr nicht auf Religion geht. Das ist schon, sag ich mal, höherer Schwierigkeitsstufe eigentlich nicht das Schlauste. Aber das kann man auf jeden Fall machen. Ich fahr damit eigentlich immer ganz gut. Aber ihr könnt halt relativ schnell dann die Theaterplätze bauen. Warum man das nicht so oft macht, ist halt, weil Theaterplätze sehr schwer von ihrem Nachbarschaftsbonus sind. Und die Politikkarten fahren ja oft damit, dass sie den Nachbarschaftsbonus erhöhen. Das heißt, ihr müsst dann schon eine Strategie haben, wie ihr den Nachbarschaftsbonus erhöht. Entweder sagt ihr, ich gehe direkt hier auf Theaterplatz und Unterhaltungsdistrikt. Weiß, welche Wunder ich am Anfang baue. Dann braucht ihr Frohnarbeit, was auch relativ früh kommt. Und pusht euch zuerst mal ein Wunder raus. Am besten so, dass zwei Städte davon profitieren können mit ihrem Theaterplatz. Dann könnt ihr schon mal einigermaßen Nachbarschaftsbonus voranbringen. Und ihr kriegt halt dieses literarische Tradition. Das gibt zwei Schriftstellepunkte. Das heißt, ihr könnt relativ schnell auch in das Spiel, sag ich mal, der Schriftstelle einsteigen. Ist aber jetzt alles nicht super stark. Aber wären eben die zwei Möglichkeiten, entweder mit Religion oder ohne Religion. Das sind so die ersten Sachen, die man mit Kultursieg machen kann. Danach ist erstmal nicht ganz so viel los. Bis jetzt Theologie, wenn ihr den Religionszweig genommen habt. Dann könnt ihr nämlich 100% mehr Heiligenstädte-Nachbarschaftsbonus kriegen. Das ist ganz gut, weil Heiligenstädte sind, wenn ihr eine gute Idee habt, meistens sehr einfach einen guten Bonus zu bekommen. Also 2, 3, 4 kriegt man eigentlich schon hin, wenn man einen super Pantheon hat. Eine sehr starke Politikkarte, die ihr eigentlich nie wieder rausnehmen werdet. An sich springt man dann schon mal weiter auf die Mittelaltermärkte. Da kriegt man dann diesen Nachbarschaftsbonus für den Theaterplatz. Wie gesagt, da muss man wirklich drauf gespielt haben. Sonst ist der gar nicht so mächtig. Also diese Politik gar nicht so mächtig. Weil Theaterplätze sind schwer, Rat für Anfänger auch groß zu machen. Auch je nach Runde manchmal, dass es einfach nicht klappt. Deswegen ist die Karte natürlich immer sinnvoll. Aber jetzt nicht irgendwie Kultursieg maximal oder sowas. Da seid ihr eher, wenn ihr mit einem Heiligendistrikt seid, mit den 100% hier mit Schrift. Weil ihr dadurch halt in Zukunft was von habt. Ihr könnt ihm dieses Goldene Zeitalter aussetzen, was sehr gut ist für alle Siegtypen. Das ist schon sehr, sehr gut. Hier das ist eher sehr situativ. Aber es wäre eben ein Punkt, wodurch ihr einen Kultursieg nochmal pushen könnt. Weil ihr schnelle Ausrichtungen erforscht könnt. Auch mehr Karten wieder bekommt. Und spätere Karten sind halt massiv wichtig eben für den Kultursieg. Es gibt natürlich auch immer so Nischen-Dinge, wie zum Beispiel Söldner, diese Handelsföderation. Wenn ihr eine krasse Handelsnation baut, könnt ihr natürlich da auch Kultur und Forschung generieren. Diese wunderfördernden Politik-Karten bekommt ihr dann noch einmal bei der göttlichen Recht. Wenn ihr also Religion gegangen seid, sowieso nicht schlecht. Wobei Monarchie ehrlich gesagt nicht so toll ist. Aber das hier kriegt ihr halt gotische Architektur. Ich skipp das sehr, sehr oft. Gehe dann lieber auf die späteren Wunderprozente. Wo ihr für alle Wunder das bekommt. Hier kriegt ihr aber die zukünftigen Wunder nicht nur hier hinten. Kriegt ihr ja nur Klassik und Antike. Wie ihr hier sehen könnt, hier kriegt ihr auch Renaissance und Mittelalter. Das wäre halt auch nochmal wichtig, wenn ihr da in eurem Theaterplatz wieder etwas nach vorne bringen wollt. Dann sind wir prinzipiell schon beim Humanismus. Ihr seht wieder eine blaue Karte. Ihr braucht wieder diesen Sonderslot in eurer Regierung. Was da sogar eher wichtiger werden, wären diese grünen Slots, die ihr hier vorne nochmal bei politischer Philosophie holt. Da könnt ihr euch Einflusspunkte generieren. Und es gibt Startstarten, die bringen euch einen krassen Bonus für euren Kultursieg. Das kann man auch generell mitnehmen, weil ihr seht ja, die Slots weichen sich ja aus. Das heißt, die grünen Slots sind eben meistens ganz am Anfang immer nur eben mit dem Plus zwei Einflusspunkte besetzt. Aber ich war ja eigentlich bei Fresken. Die Fresken geben euch halt Künstlerpunkte. Ist so eine sehr krasse All-In-Sache wieder. Ich mache das auch kaum, wenn ich den Kultursieg mache. Wenn ihr aber jetzt sagt, ich möchte noch irgendwie eine Runde abschneiden oder sonst noch, ich habe krass viele Slots. Dann geht das Problem bei Künstlern ist halt, ihr braucht da wirklich Kunstmuseen für. Und selbst die können sehr schnell voll sein. Nicht das Mächtigste. Ihr merkt also, das dauert ein bisschen, bis wir hier wirklich was richtig Krasses bekommen. Und da sind wir eigentlich schon im Industriezeltalter. Erstmal kriegt ihr da das Produktion für alle Wunder, was natürlich schon mal wichtig wäre. Und hier unten bekommt ihr Musikerpunkte. Also das, was wir eben schon mal erklärt haben. Auch da müsst ihr gucken, habt ihr die Slots. Sonst nicht unbedingt absolut Key Feature. Aber hier Opel House. Einen der schwersten Karten zu bespielen. Gibt es für alle, auch für Handelszentren und Wissenschaftler. Deswegen handle ich sie jetzt einmal ab. Sind extrem schwer zu bespielen. Deswegen, ihr kriegt natürlich mehr Kultur von Gebäuden. Das ist wichtig im Theaterplatz. 50 Prozent, wenn ihr eine sehr große Stadt von 15 habt. Und 50 Prozent bei plus vier. Und das ist das Wichtigste jetzt, wenn man sagt, ich mache wie immer viele Städte. Bei vier Nachbarschaftsbonus oder mehr. Das heißt, ihr müsst eure Theaterplätze auf vier Bonus bekommen. Irgendwie. Ob es mit Wunder ist oder irgendwelchen Zivilisationsboni oder Machu Picchu oder sonst irgendwas. Dann bekommt ihr hier massiv viel nochmal. Kultur von Gebäuden. Das Kunstmuseum. Dann sehen wir, dass wir zwei Kultur bekommen. Das heißt, wir würden drei Kultur bekommen. Wenn ihr das jetzt in fünf, sechs Städten habt. Also diesen Bonus hinkriegt. Mit vier Nachbarschaftsbonus. Dann habt ihr natürlich auch schon wieder vier, fünf Kultur mehr. Das ist nicht schlecht. Wenn ihr dann eine große Stadt habt, bekommt ihr nochmal 50 Prozent dazu. Das heißt, da habt ihr schon vier Kultur. Ist aber wirklich eine fortgeschrittene Karte. Ihr seht schon, der Text ist kompliziert. Das ist kompliziert, weil es halt wirklich schwer zu bespielen ist. Ihr müsst ein super Wachstum haben. Wo ich auch absolut nicht der König drin bin. Oder halt immer einen Nachbarschaftsbonus machen, was man schon ganz gut hinkriegen kann, wenn man vorhin mit einem Plan reinsteigt. Das ist schon mal eine der wichtigen Karten, weil es sehr viel Kultur generiert und euch den großen Vorteil nach vorne gibt, um zu den richtig, richtig wichtigen Sachen zu kommen. Und zwar gehen wir davon aus, ihr habt all diese Slots benutzt. Ihr habt selbst die Künstlersachen konstant benutzt. Ihr habt genug Slots gehabt, also an Wunderwerken, hier großen Werken. Dann ist das eine super Sache. Und dann kommt ihr zu wirklich mal einer richtig Krassen, wo es Richtung Sieg geht. Da sind wir bei Kulturerbe. Da kriegt ihr nämlich 100 Prozent Tourismus durch große Kunstwerke und Artefakte. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr nicht gerade auf Konsolen spielen, die gar nicht die Möglichkeit habt, holt euch diesen Mod, der euch wirklich unten anzeigt, wie viele Effekte es hat. Denn die Effekte werden sonst nicht von Civilization angezeigt. Das heißt, ihr müsst selber rechnen. Ja, dann seht ihr nämlich auch, wie viel Tourismus ihr dazu bekommt. Ich finde, das ist sehr schwer zu berechnen teilweise. Man kann zwar immer alles zählen, aber wenn man richtig viele hat, wird es schwierig. Dann seht ihr 100 Prozent mehr Tourismus durch große Kunstwerke und Artefakte. Das heißt, jetzt geht es los. Das seht ihr auch eben hier, schalten wir auch die Rockbandfeier. Das heißt, jetzt geht es so richtig Richtung dem Sieg. Ihr seht auch hier bei Sportmenien wird nochmal der Slot von den 100 Prozent Upgrade. Auch daran denken, Politikkarten werden immer Upgrade, je nachdem, wie weit die Zeit vorangeht. Also die werden ersetzt. Hier die 100 Prozent Karte wird durch 100 Prozent mit Stadien generieren, eine Annehmlichkeit ersetzt. Und direkt danach gibt es zum Weltraumrennen. Hier habt ihr Satellitensendungen. 200 Prozent Tourismus durch große Musikwerke. Auch essentiell. 200 Prozent ist natürlich krass. Ihr müsst aber auch Musiker generiert haben. Die kommen relativ spät. Und dann haben wir vorne noch Social Media. Extrem stark. Einfach schon durch diese Fähigkeit. Habt ihr einigermaßen gut eure Basallen behalten, kriegt ihr 5 Prozent Kultur. Kultur nimmt aber dann natürlich massiv an Wichtigkeit ab. Hier in diesem Zeitalter ist eigentlich Tourismus am wichtigsten. Da finden wir bei Social Media aber auch was. 50 Prozent mehr Tourismus von Zivilisationen, zu denen ihr einen Handelsweg habt. Das heißt, diese Boosts gibt es natürlich. Und solltet ihr auch nutzen. Ich habe ja im Tutorial nochmal erklärt beim Kultursieg, wie das funktioniert. Das müsst ihr euch dann nochmal selber anschauen. Und das sind eigentlich die Sachen, die man für einen Kultursieg braucht. Ihr merkt, die sind natürlich relativ spät, weil man eben natürlich nicht den Tourismus irgendwie im Steinzeit wirken lassen will. Das passt irgendwie nicht ganz so. Sondern da sind wir halt eher in der Zukunft, wo Leute auch reisen konnten. Und deswegen kommen die eben so spät. So, das war jetzt der große Batzen. Schon wieder viel zu viel gequatscht. Jetzt gehen wir zum schnellen Batzen. Religion. Ihr braucht Mystik. Große Prophetpunkte, um dann die Religion zu gründen. Ihr braucht Theologie, weil Nachbarschaftsbonus für heilige Städte. Und, ja gut, Tempel, aber das ist ja nicht eine Politikkarte. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch Reformkirche, wo ihr nochmal die religiöse Stärke eurer Einheiten fördern könnt. Wodurch ihr halt schneller gegnerische Missionare umhauen könnt, deren Religion schwächt und so weiter. Und ihr könnt hier dieses 50%, was ich euch eben schon mal erklärt habe, für den Glauben finden bei 15 oder bei 4 Nachbarschaftsbonus. Und das ist extrem einfach mit 4 Nachbarschaftsbonus. Von daher sollte auf jeden Fall zur Reformkirche kommen. Und das ist eigentlich schon tatsächlich alles, was ihr für Religionssieg braucht. Dann müsst ihr einfach nur die KI pushen. Aber das sind eigentlich schon Sachen, die ihr für einen Religionssieg braucht. Da sind die Synergien in meinen Augen einfach nicht so groß. Wenn ihr jetzt noch ein, zwei von diesen Religionswundern haben wollt, sage ich jetzt mal hier Manson Michel, dann würdet ihr natürlich gotische Architektur mitnehmen. Aber die ist ja mit Dreck mit drin, wenn ihr hier durchforscht. Das ist jetzt kein Problem. Ja, so einfach kann das sein. Dann gehen wir mal zum Wissenschaftssieg. Auch nicht ganz so viel wie Kultur, ist halt einfach das längste. Hier haben wir einen Campus, 100% Nachbarschaftsbonus, wie immer. Das ist der Klassiker. Das würdet ihr mitnehmen. Wie immer sind dann immer solche Nebensachen, wie halt dieses Handelsrouten. Wenn ihr viele Handelsrouten habt, wenn ihr auf Geld spielt, da komme ich aber gleich nochmal als Sonderpunkt zu, könnt ihr auch eben darauf gehen. Sonst ist das eigentlich das Wichtigste. Und dann geht es erst zur Aufklärung. Da bekommt ihr diese 50% Geschichte. Und ihr kriegt ganz am Anfang, habe ich jetzt noch vergessen, bei Mystic zwei große Wissenschaftlerpunkte. Kann man auch mitnehmen. Wenn ihr gut Kampi baut, braucht ihr das nicht unbedingt. Man kann aber anfangen, natürlich damit mal ein, zwei große Wissenschaftler vielleicht snipen. Snipen heißt, die zu bekommen, die auch eine krasse Fähigkeit haben, wie Bibliotheken geben eine Forschung dazu, was extrem stark ist, weil ja eben auf Wissenschaft auch wirklich geht. Auch wenn wir bei Politik sind, muss ich sagen, große Bibliotheken natürlich auch das beste Wunder, was man kriegen kann, weil es eben extrem die Wissenschaft fördern. Wenn ihr aber auf Gottheit spielt, so gut wie unmöglich, dann müsst ihr wirklich eine krasse Strategie haben, um da ganz schnell drauf zu gehen. Ja gut, passend ist die Ideologie, denn wenn ihr Campus und Industriebezirke pusht, also darauf geht, dann kriegt ihr hier 100% für beides zusammen. Das heißt, es ist ein Upgrade der Karte, dass ihr nicht zwei Karten drin haben müsst, sondern einfach eine. Ist eine sehr coole Sache. Ist tatsächlich, ihr seht schon, wir sind jetzt schon in der Moderne. Dann der nächste Slot, der wirklich relevant wäre, eben für Wissenschaft. Zu Kapitalismus wie dasselbe. Ihr habt hier Handelsrouten, die eben mehr Kultur und Wissenschaft bringen können, wenn ihr ein Handelsimperium baut. Und dann geht es auch hier schon weiter mit Atomprogrammen. Ihr seht wieder Wissenschaftler und Ingenieurspunkte zusammen. Wie jedes Kraftwerk gibt es noch mehr und für jede Universität extrem stark. Und für jedes Forschungslabor. Aber gerade jede Universität kriegt ihr so viele, wenn ihr auf Forschung geht. Das ist wirklich ein starker Punkt, weil da könnt ihr Wissenschaftler raushauen wie nichts, wenn ihr wirklich auf Wissenschaft gegangen seid. Ist aber extrem stark. Und ihr seht halt sowas wie Schweden zum Beispiel boostet ja sowohl, und ich glaube auch Schottland, Wissenschaftler als auch Ingenieure. Was sind extrem starke Kombos, starke Produktion, starke Forschung. Und da werdet ihr hier mit diesen Wissenschaftsstiftungen absolut im Zentrum. Da sind wir schon im Atomzeitalter mit Weltraumrennen, das was wir eben auch schon für die Musikwerke haben. Können wir hier mit integrierte Raumzelle nehmen. Da kriegen wir 15% mehr für Weltraumrennenprojekte, die ja echt extrem wichtig sind, um den Sieg zu erringen für Wissenschaft. Und die braucht ihr, um eben wirklich schnellstmöglich diese Lichtjahre zu generieren. Da gibt es auch noch eine Forschung oder eine Ausrichtung, die weiter noch wichtig ist. Wichtig ist aber nur mit Militärakademien oder Seehafen. Das heißt, entweder seid ihr auf Wasser und habt ein bisschen Wasser gespielt oder habt Militärakademien. Wenn ihr auf Wasser gespielt habt, habt ihr tatsächlich noch einen anderen Vorteil. Erstmal hier finden wir eine rote Karte, die uns durch Forschungslabor einfach generell schon mal was gibt. Was ganz cool ist, Kultur und Gold. Wenn ihr viele Forschungslabore habt, kann sich das sehr gut lohnen. Ist dann natürlich nur ein Push für die Ausrichtung, weil wir halt in die Zukunft kommen müssen, um die wichtigste Ausrichtung zu bekommen. Und die wichtigste Politikkarte für Forschung. Ach, hinten war es. Und zwar in den Militärakademien, Seehäfen und Renaissance-Mauern ab. Gut, Renaissance-Mauern baut man eigentlich so gut wie nie aus. Man geht auf Tourismus. Dann plus zwei Wissenschaften. Was eben auch sehr cool sein kann. Habt ihr wirklich viel dann, statt dass ihr jetzt Industriegebiet und Campus habt oder habt ihr Industriegebiet, Campus und Lager. Könnt ihr halt auch noch mit sehr vielen Wissenschaft glänzen. Ist natürlich für den Militärsieg auch recht wichtig. Wenn man so ein bisschen vorher schon wenigstens dazu kriegt, wer aber die ganze Zeit Leuten auf die Fresse haut. Von daher könnt ihr das auch mitnehmen. Da haben wir mal in der roten Karte mal ein bisschen Liebe gegeben. Kombiniert sich halt eben sehr gut mit dem Raumpfad hier vorne. Und mit der Raumpfad hier vorne, weil ihr da eben die Militärakademien eh braucht. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Karte. Und die liegt hier vorne vergraben in diesen nicht entdeckten Dingen. Und zwar Exodus Imperativ. Dafür kriegt ihr nämlich zwei verschiedene Sachen. Weltraumtourismus ist relativ langweilig. Da verringert ihr einfach nur Tourismus von den anderen Nationen, damit ihr mehr Zeit habt. Wichtig ist das hier. Luft- und Raumfahrt. Und hier habt ihr als Unternehmer Städte mit einem Raumhafen erhalten plus drei Aluminium pro Runde und plus drei Energie. Warum ist das wichtig? Weil die Projekte, die ihr braucht, um den Wissenschaftsieg zu beenden, kosten Aluminium. Und Energie. Und dann könnt ihr die konstant spammen. Und habt tatsächlich extremen Vorteil. Und könnt dann die Lichtjahre, die ihr am Ende im letzten Schritt braucht. Diese Lichtjahre hier hinten könnt ihr dann eben, oder steht hier gar nicht so, aber hier unten steht es nochmal. Könnt ihr dann sehr schnell erhöhen, sodass ihr möglichst schnell einen Sieg erringen könnt. Und kein anderer euch irgendwie Schnippchen schlägt. Und ihr halt einfach vielleicht eure Bestzeit schlagen könnt. Der Diplomatie-Sieg ist wiederum sehr, sehr schnell gemacht. Ihr braucht einfach vor allem Regierungen, die geben euch mehr diplomatische Gunst. Aber an sich müsst ihr nur Kongresse abhandeln und so weiter. Hat eigentlich nichts mit den Karten zu tun, außer hier vorne kriegt ihr auch wieder ein Zukunftsding. Eine Karte, die euch tatsächlich einen Punkt dazu gibt. Ja, hier. Langweilig, Einnehmung des Klimawandels, ein Siegpunkt. Ja, dann habt ihr das. Und ihr könnt hier diese Kohlenstoffrückgewinnung bekommen. Dadurch kriegt ihr auch mehr diplomatische Gunst, wodurch ihr mehr abstimmen könnt, euch Diplomatie-Siegpunkte geben könnt. Und das war es eigentlich für den Diplomatie-Sieg. Damit bleibt nur noch der Militärsieg. Und der ist schon wieder etwas spannender, sag ich mal. An sich braucht ihr natürlich sehr viele Einheiten. Aber wie kann ich schnell Einheiten generieren? Ganz am Anfang finden wir da zuerst das hier. Das sind all diese Forschungen, die gehe ich jetzt einmal hier drauf ein. Die findet ihr immer wieder gesprenkelt in diesem oberen Baum, vor allen Dingen. Aber zieht sich auch durch den unteren Baum mit. Vor allen Dingen Landkarte, da nehmt ihr nahe diese Karte, weil ihr Nah- und Fernkampfeinheiten sehr viel schneller bauen könnt. Das ist nicht nur für den Militärsieg gut, das ist auch für alle Siege gut, weil ihr halt schneller produzieren könnt, weniger Produktion braucht, um mal einen Schleuderschützen, einen Bogenschützen, einen Krieger, einen Schwertkämpfer zu bauen. Was eben ein sehr großer Vorteil sein kann. Seid auf eine Wasserkarte, dasselbe eben hier unten im Außenhandel mit der Seefahrtindustrie. Das heißt, ihr seht, das geht relativ straightforward. Das müsst ihr nicht unbedingt jetzt großartig umgehen oder drauf forschen, die beiden Wände, die eh erforschen. Und dann beim Stadtstil und Natum geht es schon weiter. Einheitenunterhalt um ein Gold reduziert. Auch das ist für alle sehr gut. Aber natürlich für Militärsieg umso wichtiger, weil ihr halt viel, viel mehr Einheiten aufbauen müsst. Ihr wollt ja gar nicht mit der KI richtig kommunizieren, sondern eigentlich auf die Mütze geben. Aber auch in der Verteidigung muss man sagen, kann das sehr gut sein. Und hier seht ihr nochmal für Kavallerie das Gleiche, was wir eben bei Handwerkskunst und Außenhandel hatten, sodass ihr da eben auch die Kavallerie schneller produzieren könnt. Loyalität interessiert uns eigentlich nicht wirklich. Obwohl, tatsächlich gibt es schon immer wieder, wo man das reinklatscht. Wenn ihr eine Stadt erobert habt, die ist mitten im gegnerischen Gebiet, verliert ihr Loyalität. Da kann sowas helfen, wobei ich halt zwei meistens nicht als sehr nützlich empfinde. Es ist aber eben eine Möglichkeit, die ihr durchaus habt. Und natürlich bei Militärtradition kriegt ihr große Generalpunkte. Würde ich euch nicht empfehlen zu nehmen. Ich finde, das ist eine viel zu schwache Joker-Karte. Also, ihr braucht dringend irgendwie gerade diesen einen General, weil ihr eine krasse Fähigkeit habt oder weil ihr diesen extra Kampfkraftbonus haben wollt. Dann könnt ihr einmal drauf gehen. Danach würde ich da aber nicht mehr drauf gehen. Weil durch Kämpfen generiert ihr dann eh genug Punkte, dass es nicht mehr relevant sein sollte. Und dementsprechend folgen wir nach hier oben. Ihr seht zum Beispiel Plündern. Wenn man auf einer Plündernstrategie spielt, kann man deutlich mehr plündern. Das ist wesentlich unterschätzt. Sehr stark, wenn man richtig krass plündern kann. Da braucht man nicht mehr die KI zu besiegen. Man kann einfach nur mit Plündern so viele Ressourcen generieren. Gerade sowas mit Norwegen. Das ist schon krankhaft. Spielt das mal. Das macht wirklich Bock. Das ist eine sehr gute Synergie damit. Und dann könnt ihr einfach hier, und das ist krass, Hafen und Lager schneller bauen. Das gibt es nur für die beiden, weil die halt mal, ja, die sind immer sehr missachtet, sagen wir mal, außer auf Wassermaps halt wirklich. Und deswegen kriegen die als einzige von den Bezirken flat 30 Prozent mehr Produktion oder schnellere Produktion für sie und ihre Gebäude. Was schon extrem stark ist. Außerdem könnt ihr strategische Ressourcen über die roten Karten erhöhen, damit ihr schnell genug habt, um eben auch Schwertkämpfer, Kavallaristen, Ritter und so weiter zu bauen. Das hier unten ist eher was für Defensive, mehr Kampfkraft für die Stadt und schneller gebaut. Auch cool eigentlich für alle. Wir sehen, wir gehen jetzt langsam auch in diese für alle Sachen rein, weil der Militärsieg ist sehr allgemein. Und da könnt ihr einfach schnellere Mauern bauen. Ich würde euch empfehlen, immer die erste Mauer zu bauen. Ich baue eigentlich fast nie die zweite, außer ich habe irgendwie eine krasse Tourismusstrategie. Aber ansonsten könnt ihr damit sehr viel schneller bauen. Nutzt vor allem diese Karten, das müsst ihr mitnehmen, die die Produktion verringern. Das ist manchmal zu faul dafür. Timet das nicht gescheit. Ich habe ja letztes Mal im Video schon gesagt, guckt es euch an. Timing ist alles. Das liegt nicht nur im Militärischen so, sondern auch mit diesen Politik-Karten. Wenn ihr die wechselt, und die könnt ihr immer wechseln, wenn ihr eine von diesen Ausrichten erforscht habt. Das sage ich jetzt erst absichtlich, damit das schön bis hier geguckt habt. Zwinker, zwinker. Dann solltet ihr auch wirklich immer die auswechseln, sodass ihr timet. Okay, Moment mal, die Ausrichtung dauert jetzt noch zwei Runden. Ich brauche in zwei Runden, habe ich einen Slot frei in den drei Städten. Dann könnt ihr schnell die Mauer bauen. Dann setzt ihr schnell Limes rein, klatscht das rein, baut die Mauern in drei, vier Runden und haut es wieder raus. Weil ihr wisst, die nächste Ausrichtung danach, die dauert auch wieder zwei, drei Runden. Dann habt ihr ein perfektes Timing. Und 100% Produktion mehr ist essentiell. Wenn ihr 10 habt, also 10 in der Stadt, habt ihr auf einmal 20 Produktionen. Das spart euch Runden und macht euch für die hohen Schwierigkeitsstufen auch wirklich kompetitiv. Und damit könnt ihr auch Spiele gewinnen. In dieser Logik folgen wir einfach, hier ist Feudalvertrag. Da geht es halt mit nahen Fernkampf- und Kavallerieeinheiten. Antike, Klassik, Mittelalter, Renaissance, so wie wir es bei den Wundern schon hatten, upgradet sich das ab, wirkt besser. Und hier oben genau dasselbe mit, nee, nicht das ist genau dasselbe, sondern das ist eine der Key-Strategien. Ihr habt den Nachlass auf Gold für Upgrades, also für Verbesserungen von Krieger zu Schwertkämpfern zum Beispiel. Extrem wichtig für euch, müsst ihr unbedingt bei der Militärstrategie mitnehmen. Ihr habt nicht so viel Geld meistens, außer ihr macht eine krasse Lager-Handels-Distrikt-Strategie. Dann geht es schon. Habt aber dann natürlich wenig Ausrichtungen im Forschen. Ist aber eine Möglichkeit. Da kommen wir jetzt gleich nämlich auch noch zu. Denn ihr habt ja noch immer dieses, was ich eben schon mehrmals erwähnt habe, Handelsföderation. Dann müsstet ihr euch aber wohl eine KI offen lassen, die ihr euch nicht hasst. Sonst wirkt es schwierig. Aber wenn ihr so eine habt, die ihr euch nicht hasst und die andere haut ihr gerade um, könntet ihr natürlich mit 10 Handelsrouten extrem viel Forschung und Kultur generieren. Was sehr mächtig sein kann und sogar noch stärker wird bei den Slots, zu denen ich gleich noch komme. Aber wichtig ist halt das hier. 50% weniger Gold, um die zu verbessern und 50% weniger Ressourcen. Ihr braucht ja 20 Pferde, 20 Eisen. Dann braucht ihr nur noch 10, was extrem stark und wichtig ist. Müsst ihr benutzen, wenn ihr Militärsieg fahren wollt. Hier sind wir wieder bei dem Punkt, warum Religion immer cool ist. Religionskriege ist eine sehr gute Synergie, wenn ihr eine andere Zivilisation angreift, die ihr eben eine andere Religion habt. Mein Gott. Und diese kriegt ihr dann schnell klein, weil ihr halt viel Kampfkraft dazu kriegt. Wenn ihr selber eine Religion gegründet habt, das ist eben das Gute. Wieder mit der Religion, die ist eigentlich omniprozentig, die kann man immer benutzen. Dann könnt ihr eben die Einheit noch noch weiter waffen. Und da kommt ihr auf jeden Fall auf einen massiven Bonus von Stärke. Von daher kann man das, wenn man Religion allerdings verstanden hat und nicht so lazy ist wie ich und das meistens nicht nimmt, auch sehr gut anwenden, um Militärsieg extrem stark werden zu lassen. Im Prinzip folgt jetzt alles. Ich zeige jetzt nicht alle einzeln, dass ihr mehr Ressourcen bekommt, aber für die späteren Ressourcen. Hier ist noch eine interessante Karte. Kriegt mehr Fortbewegung, wenn ihr im freundlich gesinnten Gebiet seid. Kann man auch immer nutzen. Das ist sehr gut. Das zum Beispiel, dass man die Reduktion von Kampfkraft hat, wäre noch eine sehr wichtige Sache. Weil eure Einheiten dann auch verletzt gut weiterkämpfen können. Und die Produktion, wie gesagt, folgt halt immer aufeinander. Da brauchen wir jetzt nicht jedes Mal drauf einzugehen. Nutzt es halt, wie ich es eben erklärt habe, immer aus. Alles andere sind nur noch Upgrades, mehr Produktion für Marine und so weiter. Was vielleicht noch lustig ist, wenn ihr den Gandhi machen wollt, Nuklearwaffenunterhalt 50% reduziert, ist aber meistens, wenn ihr gescheit, das strategisch angegangen seid mit dem Video, was ich euch gezeigt habe, jetzt mit dem Timing, da seid ihr selten in dem Fall, dass das noch relevant ist, eher immer Spaß. Aber wenn man so richtig hartnäckigen Gegner hat, kann man die mit Atombom eigentlich immer auslöschen. Das ist schon auf jeden Fall sinnvoll. Neben der geringen Produktion solltet ihr eben solche Handelsrouten am besten einbringen, um halt möglichst eure Produktion nach vorne zu bringen von all den Sonderressourcen. Außer ihr kriegt halt die krassen Städte und habt so schon genug Wirtschaft. Aber wenn ihr da wirklich komplett nur drauf gehen wollt auf Militär, dann werdet ihr meistens auf sowas angewiesen sein. Also irgendwo so ein Boost. Das heißt, vernachlässigt nicht alles. Nimmt eine Religion, nimmt mehr Handel. Irgendwo, dass ihr euer militärisches Spiel auch hochbringt. Da sind halt diese Karten hier wichtig. Alle, die die Handelswege buffen. Die habe ich euch ja jetzt eben schon mehr gezeigt. Die sind sehr stark. Unterschätzt man auch sehr gerne. Deswegen braucht ihr den Mod, weil die zeigen euch nochmal an, wie viel ihr dafür wirklich bekommt. Wenn ihr zehn Routen habt, könnt ihr euch ausrechnen. Das ist ziemlich krass. Wenn ihr zwei Luxusressourcen zum Beispiel haben, kriegt ihr vier Forschungen, vier Kultur pro Route. Und sagen wir mal, jeder hat durchschnittlich eine drin. Da hat man auf jeden Fall schon mal 20 Stück. Und das ist schon nicht wenig. Und der letzte Slot gibt einfach eurem Kampfroboter mehr Produktion. Ist wieder in Zukunftsausrichtungen. Ja, relativ spät. Aber ihr kriegt auch nochmal Fortbewegung plus eins im feindlichen Gebiet. Ob das dann noch sinnvoll ist. Ich glaube, wenn ihr die ganze Produktion plus halt so ein bisschen Wirtschafts-Buff genutzt habt. Plus halt diese Industriegebirze, Hefendistrikte und so weiter. Dann werdet ihr es eigentlich nicht mehr nötig haben, darauf zu gehen. Aber dann habt ihr es zur Vollständigkeit halber nochmal gesehen. Das waren alle Siege. Jetzt gehen wir nochmal auf die Sonderheiten ein. Oder die Besonderheiten gerade am Start. Ich habe es ja eben erwähnt. Dieses Auswechsel ist extrem wichtig. Und gerade am Start, wenn noch alles jung und frisch ist. Und ihr eure ersten Pushes macht, müsst ihr das essentiell auch nutzen. Das mache ich jetzt gerade bewusst. Jetzt erst im Video, damit nur die Treuen hierbleiben und das nochmal mitkriegen. Wenn sie es nicht schon wissen, dann hilft es auf jeden Fall weiter. Das, was ich eben schon meinte mit dem Gottkönig. Nur benutzen für Pantheon. Dann sofort auswechseln für Stadtplanung. So was macht ihr bitte überall hier. Und ist essentiell eben bei gewissen Punkten, wie zum Beispiel das, was ich schon in einem anderen Tutorial gehört habe. Die Kolonisierung. Ihr solltet möglichst schnell dann so zwei, drei Städte haben. Und dann aus allen drei Städten die Siedler rauspushen. Denn das gibt euch eben massiven Vorteile. Und timet es so, dass ihr von mir aus, sage ich mal, Mystik erforscht. Und dann genau, wenn das fertig ist, schön die Städte stehen, sind einigermaßen gut, dass sie die Produktion der Siedler leisten können. Haut die Kolonisierung rein und gibt kompletten Vollgas auf Siedler. Um halt dieses Produktionsminimieren zu maximieren. Dafür ist die Synergie da. Es gibt eigentlich, das war ja die Frage von den Kollegen, welche Synergie man hat. Es ist nicht so, dass dieses Set so Synergien für sich ergibt. Klar, man kann Sachen erhöhen, aber es gibt es nicht so große, als multiplizierende Effekte, damit es einigermaßen balanciert ist. Aber es gibt eben diesen Effekt, dass man es super min-maxen kann. Und wie ich in dem Video mit dem Militär schon gesagt habe, sehr gut timen kann. Timing ist halt nicht nur Militär, wie ich eben schon mal sagte, alles. Und deswegen nutzt das gerade am Anfang, dieses Auswechseln davon. Genau so bei dem Roten hier. Kampfstärke, wenn ich bei Baren sehe, ja. Wenn ich keine sehe, geht auf die Erfahrung. Weil dann werden die Aufklärungseinheiten wesentlich schneller, effektiver. Ihr könnt mehr sehen, mehr einnehmen. Also Hütten zum Beispiel, mehr wissen, wo die guten Städte sind. Das ist schon essentiell. Ihr habt jetzt nicht zehn Sperreinheiten, aber ihr habt vielleicht einen Supersperr dann. Was sehr, sehr wichtig sein kann. Und switcht auch sowas wie die Agoge, wenn ihr sie gerade mal braucht, rein. Und haut sie dann aber sofort wieder raus für die Aufklärungseinheiten. Nutzt das einfach aus, das mal zu üben, immer diese Switches zu machen. Weil wenn ihr die hohe Schwierigkeitsstufe und ihr habt einen richtig krassen Gegner, wirklich besiegen wollt, auch dominieren wollt, müsst ihr lernen, das automatisch zu machen. Dieses Raus- und Reinhauen. Das ist ähnlich wie mit den Handwerkern. Habe ich dann meine Siedler produziert, haue ich vielleicht das hier rein und einmal Handwerk raushauen. Da bin ich auch nie perfekt. Aber es ist wichtig, dass man möglichst lernt, so die Timings in den Städten zu nutzen. Die Timings vom Bauen von Einheiten, vom Bauen von Gebäuden und wie sich die Umgebungsbedingungen halt ändern. Und das mit dem Wunder ähnlich. Baut das wirklich nur rein, wenn ihr gerade das Wunder auch wirklich angefangen habt. Je später ihr das reinsetzt, desto schwächer ist es natürlich. Heißt nicht, dass es immer sein muss, dass das Wunder 100% noch Produktion braucht und ihr haut es dann rein. Ihr könnt auch schon mal anfangen. Aber im Idealfall spart ihr am meisten, wenn ihr eben das gleichzeitig reingetan habt, wenn ihr die Wunder baut. Und am besten baut ihr in zwei Städten ein Wunder. Das ist aber eher Wunschdenken. Das zieht sich ja halt durch den gesamten Baum durch. Das habe ich ja jetzt so ein bisschen mit erklärt. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Lieder in den Karten sieht, kann man das ja auch machen. Und es ist nur sehr schwer zu tracken, zu verfolgen, dahinterher zu sehen, wann sollte ich das eigentlich raus tun. Aber gerade so bei solchen Karten weiß ich ja, hey, ich baue gerade einen Handwerker. Okay, hau rein. Guckst du dann, dass die Handwerker da im Fax sind, hau sie wieder raus. Da ist es oft auch so, dass ich die Liederkarten gar nicht nutze, wenn ich meine erste Regierung habe, sondern lieber sage, ich hau keine Liederkarten rein, sondern zum Beispiel Siedler und Handwerker. Dann kann ich es nicht maximieren, aber zumindest kann ich beides nutzen. Oder zum Beispiel in der Hauptstadt baut ein Wunder und die anderen Städte bauen Siedler oder Handwerker. Dann könnt ihr beides da reinsetzen mit den Regierungen. Da müsst ihr auch gucken, dass ihr die Regierung so wählt, dass eure Synergien oder eure guten Karten auch wirklich aufgehen. Deswegen nehme ich sehr selten Autokratie, weil ich die roten Slots oft nicht brauche am Anfang. Aber ihr verliert natürlich zum Beispiel bei der Klassischen Republik komplett die roten Slots, weswegen ihr nicht Einheiten schneller bauen könnt. Da müsst ihr sicher sein, dass euch die Einheiten auch nicht, also sie sind, nicht nötig sind. Weil sonst belasten die euch nur in der Produktion. Und als letztes gehen wir auf die Grünen. Da geht es halt alles um die Stadtstaaten. Auch eine Vasallenstrategie habe ich, glaube ich, noch nie erwähnt bisher. Aber eine Vasallenstrategie macht so viel Bock und ist so super in Civilization. Deswegen liebe ich dieses Spiel ja, weil es eben so viele Variationen gibt. Versucht mal einfach, jeden Stadtstaat zu vasalisieren. Dann müsst ihr aber auf jeden Fall Appadana bauen und dann auch weiterhin Wunder bauen. Weil die geben jeweils dann zwei Gesandte. Und ihr müsst natürlich auch voll auf dieses gesamte Game gehen. Das heißt, auch hier raus switchen. Jeden Vasall oder jeden Stadtstaat wirklich einen Gesandten geben, damit ihr diese doppelte Gesandte bekommt. Weil jeder, den ihr schickt, zählt als zwei und dann erst diese Punkte reinhauen. Und darauf aufbauend halt wirklich konstant diese grünen Slots im Auge behalten. Zum Beispiel hier kriegt ihr ein Gold dann dazu. Habt ihr vier Stadtstaaten, habt ihr zehn Gesandte, kriegt ihr zehn Gold und so weiter. Wenn ihr das natürlich maximiert auf 30, 40, 50, kriegt ihr einen super Boost für euer Geld. Solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ähnlich geht es natürlich auch um Spione. Ist aber ein eigenes Kapitel für sich. Auch Spione sind eigentlich sehr schwer zu bauen. Aber wenn ihr diese Karten gut nutzt und die gut raus switcht, könnt ihr damit richtig starken Vorteil kriegen. Weil Spiele sind so immer sehr vernachlässigt, auch von mir. Aber wenn ihr die gut nutzt, könnt ihr damit auch ein richtig cooles Spiel haben und massiv die KI unterjochen. Diese grünen sind also eigentlich immer so ein bisschen diese Nischen-Sachen, die man so als Sonderstrategie haben kann. Aber die werden natürlich immer stärker. Ihr habt es ja eben schon mal bei Globalismus gesehen oder Social Media. Globalismus habe ich sogar vergessen. Fünf Prozent mehr Wissenschaft pro Stadtstaat, der Vasall ist. Oder hier Kultur ist natürlich extrem mächtig. Macht sehr viel Spaß. Ist eine sehr coole Strategie. Führt nicht direkt zu einem Sieg. Deswegen bringe ich es hier am Ende nochmal. Aber ist halt eine sehr coole Sache, um einfach mal ein ganz anderes Spiel zu machen. Dann sucht ihr euch irgendeine Siegstrategie aus, die gut zu den Stadtstaaten passt. Und könnt ihr eigentlich sehr cooles und sehr dominierendes Spiel auch leisten. Ja und das war es eigentlich. Ich glaube, ich war ja wieder viel zu viel Quatsche wie immer. Aber jetzt habt ihr es ausführlich nochmal gehört. Was für Slots es da alle gibt. Welche da relevant sind und wieso sie sinnvoll sind. und wo man wirklich drauf achten muss. Ich denke, bei manchen Siegen ist es irrelevanter, habt ihr ja gemerkt, als zum Beispiel jetzt beim Kultursieg. Da müsst ihr auch wirklich auf die Tourismus-Sachen gehen. Ihr könnt ja immer sagen, was ihr davon haltet, was ihr denn sonst noch braucht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, kommt bei Twitch vorbei. Denkt an eine Mitgliedschaft oder lasst einfach einen Kommentar, ein Abos oder ein Like da. Das würde mir auch schon helfen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.